so wie kommt eine weitere folge von mega mann und konnte sie und wie man hier so und stellen kann kann ohne weg weil ich doch ein bisschen noch sehr erkältet bin also man also von der schlimmen lage nicht mehr aber von der nase ja und das ist nicht so einfach frei und wir machen einfach mal ja ich hatte von schon aufgenommen aber das war so richtig fehl und ja jetzt mache ich einfach mal weil man ja die fähigkeit von wo man hat und sah hiebens schwäche in diesem hack aber schönes wüsten level und kann man schon gleich ein leben wie im quickman stage in normalen mega mental ja das passwort muss ich mich zum glück hatte ich das passwort noch gespeichert also auf youtube schon hochgeladen daher war es ein bisschen einfacher und ja ja und der hartmodus ist einfach so größt getroffen kannst du gleich nochmal getroffen werden und dann ist das auch gleich zu ende so ja genauso wie ich hartmodus zu liebe kommt töte mich töte mich doch einfach wie du kannst das sehen ja gott könnte auch noch einer davon trifft nicht super hier kann ich wenigstens ein bisschen fahren glaube ich ja ein bisschen ist gut sehr gut kommt kommt mir was noch nicht das kommt mir was gibt mir was nein nicht dass ich brauche energie auf gott wird wie quickman stage in failing in farming oder energie fein komm komm gib mir doch energie bitte nach das waffen energie das bräuchte ich nicht und ein nix brauche ich auch nicht weil ja eben so ach das das ist das gold wird mehr sowas bitte nein komm oh gott nein 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 ich brauche das dass das was gerade eben war oh gott drei minuten ich bin nicht weitergekommen oh komm ist das wirklich so kommen wie etwas wie es kommt die blöcke gegner nicht mehr zurück mehr energie gibt mehr energie wie nichts etwas das bräuchte ich nicht ww sind voller peter voller energie weitergehend weil hat nur das ist nicht so einfach wie easy modus obwohl die esel modus auch nicht so wirklich einfacher ist in diesem weg es ist wirklich einfach mit 13 par 2 durch wie gesagt und selbst jetzt ist der hat muss irgendwie nicht so schaffen ich weiß nicht man könnte das zurecht schneiden und so alles nur aber kommen 22 mei noch jetzt jetzt legst du drauf an ja immer so ein bisschen nur brauchen wir ja so ein ganz vollen jetzt meint es aber wirklich gut jetzt kommt mehr ich glaube ich müsste etwa nicht zu lang gewesen aber er hat so ein monit wenn ihr schafft wie akuma und das ist ein bisschen das was nervt aber selbe rhythmus wie megaman 2 von original oh gott geht mir energie ich brauche auch so viertel geht mir ein viertel energie bitte komm 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 kommt mir geht es einfach weiter ich muss sie dann ein bisschen höllisch aufpassen nur steht auch noch mal unter wo der sprung war recht knapp auch gar ob es mit städt jay 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 nein ja 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 ganz vergessen die füge mehr energie die füge geben oder auch nicht ich hasse die füge die tippe ist genau und günstig selbst gesetzt er war ja oh ich meine energie es gibt mehr energie gibt mehr größeres energie oh gott fähling fähl 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 am fahrm hängt er kann man ja nicht anders von mir zu packen doch kommen super das war nix ach komm das ist ein großes energie kleines geht auch großes die mann großes ein großes energie bitte mir ein großes energie gibt mir energie hat auch gerade zeit gerade getraubt und jetzt tropft so gar nichts mehr meine güte wie ich empfehlen wir fahren das geht es nicht dass es geht keine kuh drunter das ist so richtig ja augen zu und durch so ungefähr ne was gibt mir was nein ja natürlich wenn ich getroffen wurde nein das bräuchte ich nicht auf das andere ich habe das weiß nein das weiße ja das